Okay, ganz ruhig. Bin ruhig, bin ruhig. Bitte schön. Willkommen zurück. Danke, danke. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter gleich hier. Nach oben. Ach so, im Spiel. Oh, okay, okay, okay. Danke. Runter. So weit, so gut. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitte schön. Test, test, 1, 2, 3, allo, bonjour. C'est bon? Klappt? Ja, klappt. Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Was? Hä? Ach. Beeindruckend nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Boah, diese Augenanimationen sind auch ergonomisch. Ergonomisch. Ach, keine Ahnung. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Noch die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Karibische Piraten. Eine Minute, d'accord. Nein, nein, nein. Ich arbeite nicht bei der Welt. Danke, Nancy. Buon Tag. Das ist für Sie unser wichtigstes Anwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein. Ist raffiniert. Okay. Sie nennen das Kommunikator. Ich nenne das einfach Tablet. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Gott. Ich weiß immer noch nicht, seit Jahren, wo ich das Spiel gespielt habe, immer noch nicht, was die meint damit. Lachs. L-A-X. Keine Ahnung, was sie damit meint. Naja, egal. Gott, die braucht auch Jahre, um von ganz da hinten bis in den Aufzug reinzulaufen. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio. Zweiter Stock. Naja, ich würde auch sagen, man muss Nachsicht mit ihr haben. Sie ist eine Beamtin. Oder... Nein, ich weiß gar nicht, ob das Beamtinnen sind. Beamtin. Oder einfach nur... Bürohengste, sage ich jetzt mal. Bereit? Dann los. Ah, unser Boss, Olivier Garneau, unser CCO. Ich stehe Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen? Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Hazem? Conor? Edward, der Pirat. Ah, 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 ahoy, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minutes. Sehr gut. War mir ein Vergnügen. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Das wird meist. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Typs? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie denn später. Viel Spaß. Bis später, Melanie Lemay. Und jetzt gehen wir wieder in den Animus zurück. In der Hoffnung, dass das Spiel nicht dazu neigt, abzustürzen. So. Willkommen zu Animus Omega. Abstergo Entertainment's proprietäres Erinnerungs-Erforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin, Melanie Lemay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17-Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal. Extra-neurale Transmitter aktiviert. Und ich begrüße euch nochmal herzlich zu diesem wundervollen Spiel Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich hoffe, dass ich das Let's Play genauso gut mache wie andere Let's Player. Und dass es euch Spaß macht, beziehungsweise schon. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Jemand, den du kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Na? Verrückt, dass England und Spanien vor zwei Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vättern. Stimmt was nicht, danke? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteiger in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder siesta besser gesagt. Siesta, siesta Mexikaner. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Das würde mich beruhigen. Einen Mann eurer Statur in der Nähe. Parils beware. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht drück ich mal. Komm, geweckt. Ein Umtrunk. Oh, das sieht ja auch sehr einnahm aus. Krass. So, jetzt habe ich endlich mal wieder einen Moment, wo ich reden kann, bevor der wieder anfängt zu labern. So. Ja. Toll ausgedacht, der Moment. Oh la, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein. Wir verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stadt. Oh, da ist eine Katze. Katze. Toll. Alle anderen haben es nicht so gut hingekriegt, aber die Katze ist top-animiert. Toll. Sollt ihr mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein schwer. Wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leihe mir ein paar Real, Mann. Ich habe dich gerettet. Ja. Ja, natürlich. Danke. So. Jetzt kaufen wir uns erstmal ein paar neue Schwerter. Die richtig neu glänzen, aber vom Griff her total hässlich sind. Geil. Bestätigen. 800 Final, es passt. Das passt schon. Wir haben noch 7.800. Wie lieb's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, in Zweikraft kann's helfen. Ach, Herr Jemini. Ich habe uns in die Irre geführt, danke. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ach, eine Taverne mit einer Art Biergarten. So. Der erste in Mission, in einer Mission. zur Pflicht gestellt, äh, Kletterparcours. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Du bist kein Seemann, du bist ein Assassiner. Du bist geboren zu einem Assassinen. So. Oh, bevor ich so gess, da hört man doch die ganze Zeit was glitzern. Na? Da ist es doch. Ein Animus-Fragment. Das erste von 15 in Havanna. Der in Assassin's Creed schönsten Stadt, muss ich sagen. Also in diesem Teil. Ich glaube, das ist auch die einzige Stadt. So. Schaut's euch an. So, hier würde ich gerne leben. Also in dem Spiel. In Wirklichkeit glaube ich nicht, dass es so toll ist. Ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Oh nein, oh nein. Halt durch. Spring. Mann. Halt oder ich brech dir die Knie, wenn ich nicht kriege. Na, ich würde eher auf den Kopf schießen. Dann. Musst du ja nicht mehr anhalten. Dann hält er automatisch an. Wah! Was? Nein! Was hat er gemacht? Du hast den falschen beratet, Mann. Ach, Mann. Du hast doch die Waffe fallen, Mann. Toll. Das Diet-Bolle-Treffen. Ja, mach ich doch. Mir wäre es lieber, wenn die Jagd noch ein bisschen länger gehen würde. Dann hätte ich den Diet gerammt. Aber nein, der müsste ja einen Bug haben. Toll. Was hat das Wecker für schwarze Augen? What the fuck? Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Ah, wir sind am Ziel. So. Du hast dir Zeit. Ich warte hier. Was denn? Ein Waliser hier mitten im Kanackenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich widerruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Hoho, er hat Pisspot gesagt. Hohoho. Schlingel. Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein vorlautes Maul, sonst stopfe ich es dir verstanden. Edward, oder? Du Basker. Hey, ich habe ihn gewarnt. So, und so sieht die Einführung in Assassin's Creed 3 in die Kämpfe aus. Achso, kommt. Hier, stimmt etwas nicht. Bitte versuche es gleich noch einmal. Danke, Cortana. Ja, man hat gerade gehört, dass ich... Ich habe das Szenenbesitze. Denn Cortana hat sich gerade gemeldet und habe gemeint, sie muss sich ja irgendwas sagen. Ich weiß, ich darf jetzt gleich mal gucken, was sie hier sagen wollte. Oh, fang. Ich habe jetzt total abgelenkt. Mann. Nicht das. Ja, genau. Okay, und? Oh, voll die Weichteile. Oh, Mann, Edward, fang auf damit, das tut weh. So, Rauchbombe. Wählen Sie die Rauchbombe mit 5 aus und drücken Sie F, um sie einzusetzen. Rauchbomben machen Ihre Gegner für einen Augenblick kampfunfähig. Sie können diese Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu fliehen. Oh, das machen wir doch gleich mal. So, 5 und F. Weg da, weg da. Weg da, weg da. Ah, das war geschickt. Na toll. Der hat mich natürlich nicht gesehen. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich... Oh, verliebt. Ah. Edward, was machst du? Oh, Mission beendet. Den Taschen, die Bram. Na toll, danke. Bei der Buggy war... Hat es nicht geklappt. Egal, diese Erinnerung bewerten... Gefällt mir nicht. So. Du hast voll den Scheiß, Let's Play. Ein Sterne dafür. Ach nee, das war ja früher. Details einsehen. Kann ich das wiederholen? 15%. So, kann ich das wiederholen? Nein, das geht nicht. Scheiße. Und mein Zucker. Ach, das zeigt schon an. Cool. Egal. Fortsetzen. So. Jetzt können wir... Truhen sammeln... Und... 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 Keine Ahnung. Alles halt einsammeln, was geht. Und dann... Weitermachen mit der Geschichte. Hallo? Hä? Aber bevor ich die Mission der Geschichte weitermache, schaue ich mal, was Cortana von mir wollte. Weil wenn sie einfach so anspringt, dann muss er wachsüchtiger sein. Dekorierramm, ach toll. Weg ist. Eine Katze auf dem Dach. Hör doch, ist die Katze auf dem Dach. Ah nee, warte mal, was ist im Sack? Hör doch, ist die Katze auf dem Dach. Oh. 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 Das gefällt auch jedem. Äh, ja. Öffnen. Ach, das ist keine Trug, das ist ein Manuskript. Manuskripte enthalten große Geheimnisse. Eröffnet sie die Datenbank, um sie zu studieren. Datenbank. Wie öffne ich die? Äh, ach ja. Natürlich. Und zur Datenbank. E-Manual. Edward Kenway. Okay. Shanties, Kunsthandlung, Fauna, Schiffe, Dokumente, Manuskripte. Woinich Manuskript Blatt 33 V. Für was das V steht, weiß ich auch nicht. Eine von vier enthalten seitens des mysteriösen Woinich Manuskripts. Sie wurde irgendwann nach 1705 aus dem Besitz von Peter Beckford gestohlen. Obwohl das Manuskript aus dem Europa vor der Entdeckung der neuen Welt stammt, zeigt dieses Bild eindeutig eine Sonnenblume, die zu dieser Zeit nur in Amerika gab. Tut mir leid. Auswählen? Okay. Weißt du eigentlich was in der Sonnenblume mit dem Spiel zu tun hat, aber egal. So. Meitere Gericht. Ich glaub, wenn ich jetzt versuch mir eine neue Waffe zu kaufen, dann zeigt es wahrscheinlich nicht erst an. Kommen Sie in der Geschichte weiter voran, um diese Waffe zu kaufen oder so irgendwie in der Art. Was ist das? Piraten retten. Oh, das macht doch sofort. Wurzel die ganze Zeit. Weiß nicht. Ich glaub das. Und Double Kill. Du tötest mich nicht, so leicht. Du auch nicht. So. Gracias. Meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Okay. Was ist jetzt? Was ist jetzt los? Hm. Jetzt ist vorbei. Komisch. Haben wir nicht noch eine Tore? Ach nein, das war ein Animus. Animus. Fragment. Man. Deutschsprachig wäre ich bei Ihnen. You know what I mean. So. Da ist auch ein Manuskript. Das ist direkt da. Attentat und Drücke. Ja. Geul. Öffnen. Hat niemand gesehen? Hohohoho. Und. Tschüss, Mann. Hallo. Wollt ihr was von mir? Geh weg. Geh weg. Mann. Graf lieber Monsters. So. Das würde ich auch gerne können, dieses nach oben schwingen. Zu Gebäude erklimmen. Ja, doch eine schöne Alternative zu Let's Plane. Ach komm, Edward. Edward mit den Scherenhänden. Nee, ich glaub du meinst Edward mit der vergesteckten Klinge. So. Na, nächster Aussichtspunkt. Oh. Schön. Einfach nur schön. Hä, wo ist eigentlich der? Ähm, ist es der da hinten? Ja, ich denke wo ist es der ist. Ähm, so. Detroit eingenommen jetzt auch gleich. Das war's phlogen. Das war's krank. Das war's krank. Impf movement. Yea, Hund. Das war's krank, Evрей also. Ich habe Shengdorf im Auf Sanften.